Also ist viel los im Sindelfingen, eben die 3. Jetzt sind wir gespannt, was sich Efron Reis für diesen Ball jetzt noch aufbauen lässt. Ich glaube nicht, dass es humorlos diagonal rechts oder links ins Eckloch geht. Ja, wer, wer, wer? Schon gefragt, auch. Ja, wohin denn? Ja, wohin denn? In den Mittelpunkt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich dachte, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Alles klar, hm. Oh, ja. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Muito glücklich mein St institution. WasENT Rest. Ich bin glücklich. Applaus 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 Ja, das ist für die beiden mit Sicherheit, auch bei aller Liebe und Freude, die sie zum Spiel haben. Applaus 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 Sehr passend, dass an der Stelle auch genau dieser Ball gerade kam, wo ich die Liebe zum Spiel erwähnt habe. Ja, aber bei allem Enthusiasmus ist das für die beiden mit Sicherheit.